Es ist Sonntag. Heute ist der 11. Oktober. Ich habe Urlaub. Wir stehen gerade hier in Pattensen, südlich von Hannover. Viele Informationen habe ich über die Veranstaltung hier nicht. Das wird ein Wandertag, IVV Wandertag. Es soll um 8 Uhr losgehen, bis um 11 Uhr. Wann genau Feierabend ist, kann man nur vermuten. Da 15 Kilometer angeboten werden, 11, 12, 13, ich denke davon aus, dass um 14 Uhr Feierabend sein sollte. Vom Sinn her macht es eigentlich Sinn, zuerst die 5 Kilometer zu laufen. Da müsste ich dann so um 9 Uhr wieder hier sein. Und anschließend nochmal die 15 Kilometer, damit man dann mit allem Verwaltungsgrimmskrams bis 14 Uhr, das müsste also locker und problemlos zu schaffen sein. Dann bestätigte sich das mit 14 Uhr Zielschluss. Und es gibt wohl sowieso nur zwei Strecken. Wir haben jetzt 5 Kilometer und 12 Kilometer heute im Angebot. Gut, und das ist genau das, was ich dann ja auch vorhatte, macht 17 Kilometer. Gut, und das ist genau das, was ich dann ja auch vorhatte. Gut, und das ist genau das, was ich dann nicht? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut, und zwar jetzt auch von der einen neuen Job Taking care. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist die Streckentrennung. Das ist die Streckentrennung und Rückweg zwölf. Das ist die Streckentrennung. Und da war noch nichts, was irgendwie nach Kontrolle aussah. Mal gucken, ob die jetzt immer mal kommt. Das ist die Streckentrennung. Das ist die Streckentrennung. Jetzt gibt's allmählich wirklich ein Problem. Ich merke, dass ich wieder auf dem Rückweg bin. Aber war wirklich keine Kontrolle da. Das war jetzt die 5km-Tour. Also 4,91 km. Es ist 9.15 Uhr. 5,4 kmh in Bewegung. 4,9 im Samtschnitt. Und 54 Minuten in Bewegung. Und 5 Minuten Pause. Jetzt machen wir die 12km-Runde. Das ist ja im Wesentlichen erstmal die 5er bis zur Streckenteilung. Ab hier bis hierhin sind hinten und rückweg vollkommen identisch. Hier habe ich jetzt die Information. Die Strecke ist insgesamt 5km lang. Ziemlich genau bei 1000m die erste Streckenteilung. Bei 2,5 die zweite Streckenteilung. Und dann auf dem Rückweg müsste dann bei 9 irgendwo eine Streckenteilung sein. Und dann nochmal 10,5 die Stelle, wo wir gerade irgendwie da waren. So, das sind die Informationen, die wir jetzt haben. So, das war jetzt mal. Und wir haben die Information, dass wir auf diesem Weg jetzt auch wieder sehen. Und wir sind bei 2,2 km. So, das ist die Kommentare. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war jetzt gerade die Kontrolle, die war ungefähr bei 5 km ungefähr zerdrückten und an den Kontrollen gab es halt ein Brötchen, ja war ganz lecker. Was ist das? 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 Was ist das?